ich begrüße euch zu einer folge costume quest wir sind immer noch so da und machen jetzt irgendwelchen stuff ja kann ich irgendwas machen oder so ich habe keine ahnung vielleicht kann ich die andere hier beeindrucken weil ich auch die streiten sich danke für die erläuterung zu bekämpfen können ist du mich jetzt bitte in ruhe lassen du hast gar nicht erlaubt mich um fühligkeiten zu betteln er wird alle neuen kinder müssen warten bis sie dran sind hey was ist los heute abend der gegend nur darum geht dass ich fühligkeiten bekomme tatsächlich ich dachte es ginge darum dass du saures bekommst weißt du mir fällt gerade auf weil ich noch nie einen roboter verkloppt aber komm her lauf tapfer samarita samarita ja sorry er ist ebenso schnell wie unempfängt unempfänglich für vernunft aufgaben zugefügt hat auf schutzprogrammiert süß immer 22 häuser suche renn finde mehr über die unheimliche hexe heraus der kostüm gestohlen hat rückbetrunner sind die schwachen 1 ja muss die aufhören nutze die schubfähigkeit mit rumpfkostümer schneller an treffe zu sein okay ich werde dich zermatschen wie ein körper ist das wochen alt ist lauf ja wohin soll ich ich steuerung hack der tübe hat ein skateboard haha nice verdient opfer du bist im buchstein glaube ich trainer ich mache ich auch wieder vorwärts helfen mit den anderen zu rufen nein ich habe diesen typ erwischt wie seine persönlichkeit in der lille aber nur mal über die grünen oder wir werden also auch immer warum werden sie wirklich ein stelle wieder aufmüffig wird ja also wie ein guter um kinder zu erschrecken oder es ist eine polizistin ups die hat ein paar stimmen probleme die straße ist frei zeit dieses große schwarze monster tour aus den angeln zu heben oh mein gott das war so irre wie hat das gemacht hast du ihn um einen ermittlungstauber verpasst oder ein unsichtbaren gletscherwind oder sowas oder was auch immer ich weiß nicht was ich da was ich gedacht hat es scheint als hat er keine ahnung wie schnell roter sind oder wie gut ritter hiebe weg stecken können ja es ist ein ziemlich tolles kostüm das du hast danke seins auch sollen wir tauschen ich bin mir sicher lassen wir mich mal probieren äh 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 dann dann achso mit ah ok du kriegst ah ok ok so funktioniert das unsere kostüme sind beide unglaublich spitze wir sollten zusammen halten ich habe eine aufgabe zu erledigen ich muss meine schwester vor dem monster retten ich werde du hast die monster bemerkt ich helfe dir bei deiner aufgabe jaja du bekommst eine ip jaja dein schild gefällt mir wirklich gut danke ich habe ihn gemacht weil ich dachte Travis würde steine auf mich werfen stattdessen hat er aber angefangen mich zu boxen was ein arschloch so ähm ich stehe hier drin übrigens so kann man sich wieder die kostüme wechseln ich will nämlich lieber das hier haben so ähm gut dann würde ich sagen sagen wir sind ein paar süßigkeiten bis auch in diesen aufgaben teil wo ich ding ist drin stand aber ja liegen überall welche rum deswegen gib mal her alles so hallo ja ich gehe jedes jahr nach als geist viel süßigkeiten und nicht aufwand daisy daisy echt stinkfoul kann das sein hat mir sowas gebracht oder so ich glaube ja nicht ok nochmal die mission her aufschlussprogrammiert willkommen oben pein zu 2 von 20 ok so interessant ok 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 dann ja weiter worum wir jetzt hin müssen ach ja hier hier wollen wir noch gar nicht oder nein so super neue süßigkeiten wir müssen hier das komische Tor als Phil ah hier geht's weiter cool äh ah ja hier müssen wir nochmal alles verschlagen und klar oh gott ist das anstrengend ich muss jetzt auch nicht alles verschlagen aber ein bisschen was wäre ja schon super weil ja ja ist halt so es weiß ja was der komische kasten vor so was hier scheinbar ok kann ja auch ach mal gut süß saures nur eine solche letzten ich halte dir das besser licht das licht aus 313 313 haben wir jetzt die hat 3 von 2 äh 20 super 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 das macht Spaß so hier mal der kaputt äh dings würdest du bitte oh please dankeschön so ähm ähm oh ich habe hier dieses schlange das Auto schade bäms 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 hier waren wir glaube ich schon bäms 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 süßes saures hause ich an so sie kindern hübschen kostüm ja ja okay sind römming kürbis oder so sie man verstören können nein schade euer haufen hier ja okay spannend dich haben wir mal kaputt hier so immer an dem haus haben wir schon ne ob wir eben nicht so ach stimmt äh 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 fantastisch stimmt da kommt klopf an beeilung muss drückst du einmal vor die werbung zu Ende ist super so wie viele häuser haben wir jetzt schon fünf naja wird doch das war was hast du du hast du mal dein kopf so symbol oh mann sammeltst du halloween karten ich brauche noch einen plopf für meine sammlung ich gehe deine seltene karte für einen ich muss um meine sammlung kümmern aber ich sag dir wenn ich einen doppelt habe oh mann toll okay okay interessant und und einfach mal zerstört die leuchten köln 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 ich mache werbung für gesundes essen und zwar mit dem klassischen spiel äpfel tauchen möchte spielen ähm nein klasse fangen wir an ich habe mich äpfel und möglich so viele wie möglich bevor es abläuft grüne äpfel sind selten und mehr punkte mehr als roter achten und ich kaufe nur bioprodukte äh achten und ich kaufe nur bioprodukte achten also auf Würmer und andere parasiten was los äh was äh achso achso das ist ziemlich cool irgendwie also ach ich kann auch so weiter okay das wusste ich jetzt halt nicht ach ach nein ich bin dumm nein 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 geh geh da so leck das wollte ich nicht oh god gaga 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 ah man halt die ich will nochmal so ach okay es geht auch um den Dings tasten mit den Pfeiltasten gut zu wissen ja okay war gar nicht so schwer ich war vorne dumm tut mir leid das ist verstaunlich du hast mehr verwischt als ein lehrer am ersten schultag was haben wir also gewonnen süßigkeiten wahnsinn moment ist das ein trick wolltest du nicht herrung für zahnpflege machen natürlich deshalb bekommt ihr eine süße belohnung damit ihr euch besser an eurer lektion erinnert das sind meine positive verstärkungen ja kommt wieder machen wir bestimmt irgendwann mal was mache ich schon mal ein spaß ist das ist nice kleine mini spiel der spiel auflockern da gibt es so viel zu zu entdecken und so das ist super ich höre aufhören ja wir müssen uns konzentrieren wir bekämpfen monster in diesem langweiligen kostümen und so kostüme sein klasse ja dann ja nur zu einer information wir haben damit schon den ganzen abend der monster bekämpft ich meine ja nur dass sie ein wenig pep vertragen könnten ein bisschen wow etwas veränderungen interessiert hängt davon ab was kostet es denn kann man das sind nein klar es wäre okay ich habe ein kleiner preis für echte kampfmarken was genau machen diese kampfmarken denn gut dass du fragst ich habe euch meine menü der spezialitäten aus der heutigen des heutigen genennen genau da möchte ich sagen kauf ich mir das so das ist ja mich ist jetzt in den dh typen geben wenn ich es angegeben wollen würde das funktionieren nach keine ahnung so ja super wie sonnen mütter noch gut jetzt kann man auch ganz viel zerschlagen ach was war jetzt hier das kann auch so machen okay kann ich auch das hier so kann ich auch den typen ergeben ach gut kann ich okay das ist super gut zu wissen aufgaben ist manche muss alles mit der maus also ja äpfel tauchen und vor ort das muss man auch noch öfter machen oder was muss dein gott was gibt es hier alles halloween karten kampfmarken status jetzt too much von mir too much auf einmal so guten tag hast du dich gefunden ich werde verstecken an meinen freunden möchte mitspielen wenn uns alle sechs findest du kommst du preis okay okay spannend ja finale der kinder die sich in augen pines versteckt haben das ist was super da sind scheinbar nebenquests alles und und so die weitest so nebenbei machen können oder was ist ja auch spannend sie müssen sich machen sonst einfach nebenquests scheinbar ich habe keine ahnung aber ich denke mal so man noch einmal das apfelspiel hier mal weil jetzt ist bestimmt ein höherer preis oder ja jetzt sind es sind 25 ja war es auch nicht so schwer eigentlich muss nur achten wo was rauskommt so wo ich glaube jetzt brauchst du ja dann gehe ich zum zahnarzt und was haben wir diesmal gewonnen noch möglichkeiten hier sind ergibt das nicht aber ich mag dich ja ja ich würde sagen dann gucken wir aber nebenbei so wo halt sich die dinger die 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 kinder verstecken das ist das hallo polizei wissen sie bereits das monster in der stadt eingedrinken und alle süßigkeiten glauben ach und außerdem haben sie meinen bruder ins bruder bruder da hat wenn ich aufgepasst sehr lustig kennt die auch vor dies halloween ich weiß ernst ist ein notfall na gut ich habe hier deine meldung mann ich hasse es an feiertagen zu arbeiten kümmert die polizei haben diese monster naja kennt ein bericht wurde notiert spannend ok hier ist ja mal speicherpunkt das finde ich gut also da kann man so quasi speichern weil immer wenn da halt dingst wird ja ja deutsch immer wieder geredet wird gespeichert das finde ich gut so so dann weiß ich wo ich speichern werde wenn ich das spiel beenden denn nachher weil ich nehme das mal zwei parts auf holst übrigens ein paar tage auf halloween und ja sie haben eine schatztruhe mit süßigkeiten super 20 süßigkeiten das gefällt mir so jetzt noch eine scheune scheinbar wir sind haus kampf oder was jetzt sehen wir wie der ritter aussieht scheinbar ja das cool ist sogar zwei von den typen okay dann würde ich sagen kämpfen wir mit so bäms und bäms du musst auch mal hier bäms sowas sowas alle hat schon mal sind sein angriff gestärkt oder okay diese lollipop scheinbar die macht immer diese eis glaube ich hat dieser spezielle krass jetzt drücken okay einer schmack putz jetzt schifft auto scheiße ach du scheiße ach rein ist tot ttf scheiße das fällt mir mal früh auf kacke und der hat mich einmal verbrannt oder so ich habe keine ahnung oh gott ja das ist mir sehr angepasst ja kacke ich war so hier ich bin so inkoment für alles jetzt mal ganz ehrlich ach ob es mit mit schiff kann also pause machen okay spannend ich habe ich den tasten verrückt deswegen spiel hier mit controller ist mit tastatur mann ich brauche neuen controller bis zum nächsten part habe ich einen controller ich verspreche es euch okay vielleicht nicht bis zum nächsten aber auf jeden fall ist zu einem der nächsten so jetzt haben wir hier ansthaft der push für sein angriff der auch so okay es war es war eigentlich zu früh aber was soll es so space bams drücken ich habe ja ich habe zu spät gedrückt tut mir leid und er ist tot glaube ich ich hätte auch kuh machen können machen wir vielleicht den wachschild hat er doch auf richtig gemacht naja auch nein doch ich bin dumm es war eh ich bin doof so raketen hagel bitte einmal bams er ist fast tot jetzt nur noch einmal hier mit ehe mit ehe meinte ich und tschüss das war das war anstrengend weil ich dumm bin ich habe schmierpause gedrückt so super wie sie wie sie aus der version sechs häuser okay ja ich würde sagen wir gehen jetzt speichern an den telefon scheinbar und machen dann den nächsten parts weiter sondern schau euer an den tabler ja tschüss okay es ist das was jetzt an